ARD Text im Auftrag von Funk er hat nun schäbiges Alice Peck das sind die Waffe der Gartenskollegner ich wollte jetzt nicht einfach Schumpf in den Westen laufen weil darum das Ding hat ich habe lieber 400 Leute aufgeschossen auch eine Beschäftigung ne mehr Spaß gemacht Ostmuth hier ist gar nicht nur wie sich Hitler vorgeführt hat ja mal 11 Millionen 11 Millionen 11 Millionen so ah das war ja nicht zu viel verlangen warum er läuft so schnell er läuft schnell Hitler hat bestimmt so kurze Beine wenn er hockt wir sind so richtig wir sind so richtige Ghetto Bros Kevin ist einfach nur so eine seltsame Palme die uns hinterher läuft ne Palme sind wir zu viel Hasch geraucht oder verfolgt mich da echt ne Palme oh mein Gott die verfolgt mich wahl 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 ich sehe sie auch wahl 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 ich bin jetzt nicht hinterher angefangen mit dem ganz kleinen Backpack ja und jetzt habe ich ne M107 wie es ist Termalding und ne M4 und 1000 Euro Munition ja läuft wofür ich früher irgendwie zwei Wochen gebraucht habe macht man heute an einem Tag man muss nur wissen wie es geht ne Es wie in vielen Sachen, man muss nur wissen, wie es geht. Hat dir mein großer Penis die Sprache verschlagen? Der hat seine Rache geputzt. Das gute alte Grundstück. Den ich geputzt. Rarenputzer. Da kannst du doch noch ein bisschen Zahnfass darauf schmieren. Hier sieht das doch voll nach Zelten aus, oder? Oh, hier sieht es eher nach der Straße aus. Komm, wir laufen wie so ein paar Noobs mitten auf der Straße. Aber das sind noch... Höhöhöhöhöh, weil es gelauter ist als Wemme. Ja, weil man auch viel weniger gesehen wird. So auf offenem Feld, ne? Wie so ein offener Rachen. Ich bin... ich hab eigentlich so... keine Ahnung wo wir sind. Der Rache der Sif. Der Rache der Sif. Nein, die Rache der Sif. Das taucht sowieso dran. Ich verstehe. Ich hab immer das Gefühl, die liegen überall Hubschrauber, weil da so viel Feld ist. Überall liegen die. Überall sag ich dir, ey. Da hinten da, ich hab's gefühlt. Siehst du die ganzen Hubschrauber? Ich soll verständlich, Alter. Nur weil die überall Hubschrauber liegen. Die Krieg der Weltenroboter. Siehst du sie? Wie mir auch. Sie aus dem Boden kommen. Springen. Mit ihren drei dicken Beinen. Und einem ganz besonders dicken Bein. Du hast das heute irgendwie mit Genitalien, oder? Oh ja, heute schon. Hast du ein paar Bürstchen beim Grillen gegessen? Wahrscheinlich zu viele. Ja. Aber das waren sogar ein bisschen gefüllte Bürstchen. Ich verstehe, ja. Weil da weißer Käse drin. Oh ja. Ich hab deine Homosexualität richtig geweckt. Tja. How it goes, ne? Soll man machen. Wir haben das denn keine Käsewürste drin lassen, ne? Käsewürste. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir werden weggeschossen. Ich hab grad so'n Déjà-vu irgendwie. Ich guck immer schon nach hinten. Ich guck immer... Naja, aber irgendwie... Ich guck am Boden. Nee, sonst wären wir aber zu dritt, René. Achso. Da muss er drei Schiffe abgeben, bevor wir alle tot sind. Ja. Hä? Oh ja, ich hätte zweimal auf Alt gedrückt. Ich dachte, warum rennt der Spasti immer nach links? Na wenn, Mami. Ich würd niemals auf ne Gruppe schießen, bei der ich nicht sicher wäre, dass ich alle töte. Bist du blöd. Ja, ne? Du würdest einfach den ersten erschießen und dich dann umbringen lassen, oder? Nö. Ich würd einfach voll draufballern auf alles was... Ich hab kurzzeitig ein Kill mehr und bin bin ich durch. Hat sich ja gelohnt, ne? Oh, weil Trinkanzeige bringt. Shit just gets real. Ey. Wie so'n Rache. Wie so'n Rache. Rachenampel. Ich musste mich so mal gucken, wo wir sind, dass wir hier bei der Tante halten. Racheampel. Was ist ne Racheampel? Ja, die hat die Gleckfunktion in der Ampel, aber es füllt dann immer den Rachen. Ich verstehe. Und da hab ich wieder was gelernt heute. Man hat nie ausgelernt im Racheputzen. Racheampel. Ja. 65, 45. Das sieht gut aus. Das reicht uns. Auf in den Westen, Leute. Boah, Alter. Ich hab 10 Centiges D-Malz. Auf in den Westen. Ist der wie früher, ne? Klar. Ist der wie der Westen, ne? Auf in den Westen. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch. Okay. Aber der hat das dann abgelehnt, weil er Wild Wild West gedreht hat. Und das hat er gesagt, war seine größte Fehlentscheidung in seinem Leben. Meinst du? Nach der Geburtzeit der Kinder natürlich. Natürlich. Und Keanu Reeves wurde dann erst danach besetzt. Stell dir vor, du hättest mit Matrix gebraucht. Will Smith. Das wäre gar nicht seltsam. Dann sieht man ihn gar nicht in den dunklen Sequenzen, weil er viel zu schwarz ist. Der ganze Film steht im dunklen. Aber da spielt auch Laurence Fishburne mit. Der ist auch schwarz. Wie funktioniert das? Au. How it goes. Äh, was ist das da unten? I don't give a fuck. Seid ihr noch da oder laufe ich alleine? Äh ne, ich bin schon abgeschossen worden. Achso. Jetzt blinkt auch noch meine Fressanzeige. Mann, ne. Immer am Essen, der Junge. Ja, mein Rachen, der muss öfter mal geputzt werden. Du putzt den gar nicht. Du schiebst dir dann irgendein Brot rein? Da kommt ein Wichs davon. Toll. Was will er denn? Toll, da kann ich hier richtig gut Pause machen. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir vielleicht doch weiter. Ey, ich kann die doch wegfeuern mit meiner steigenden Waffe. Ja, vielleicht machst du das mal, weil... Äh, ich hab die grad nicht ausgewählt. Ja, das ist sehr nett. Und jetzt rennt der Kevin schon... oder... Ja, ja. Der will wieder einen Rachen. Warte, ich kann ihm den Rachen wegputzen. So spät. Oh, Mann, ey. Los, weiter geht's. Ich muss penkeln. Und essen. Ja, jetzt müssen wir jetzt mal weiterziehen, bevor die anderen kommen. Ich hör keinen. Ja, du siehst ja aber gleich einen. Nö. Nö. Ja, das ist ja toll. Ja, ne? Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Das könnt ihr auch in meinem Blog lesen, wenn ihr das möchtet. Wenn du dich feierst. Ich feier mich? Warum? Du... Du lachst doch so dumm. Weil der Rache geputzt wird. Ich hab dich stopft. Wo seid ihr hier, Stopfgänse? Ich lauf schon weiter. Hey, bist du da, sonst erschieß ich dich. Wir müssten hier noch ein bisschen Arschloch. Ich werd dich heute noch einschießen, glaub ich. Was? Wo seid ihr denn, ihr Niggas? Ich seh dich nicht. Wo kommt das scheiß Zombie her? Was? Was? Der dumm Rachen, Alter. Warte, die Rache nicht weg. Von der anderen Seite kommt auch ein Zombie. Wo kommen die überall her? Mann, Kevin ist halt mal wieder zielsicher, ey. Hinter dir, hinter dir. Überhaupt nicht laut, seine Waffe. Da hinten kommt noch viel mehr Zombie. Da kommen auch Zoll. Ich lass euch da mal allein. Tschö, Jack. Wir retten keiner hinterher. Ich hab sie entfernt. Achso. Und 25 neue A gelockt, oder? Ja. Da hinten liegt noch ein Hubschrauber. Lololololololol. Wo? Hier ist das voll gef... Ja, und er hat direkt daneben rumgeballert, ne? Wie wär's, wenn du die Lage mal hier thermalisierst? Thermalisierst. Du musst den Rachen hier noch wegputzen. Sondern dahin jetzt Putzdeutschen. Scheiße! Jetzt putzt doch mal einer diesen Rachen hier weg. Oh, jetzt schlägt er mich auf. Jetzt blute ich auf. Kevin, du bist der größte Idiot der Welt. Wirklich. Warte. Der hat nichts putzt. Falle nicht. Oh Gott, der putzt mich. Putz ihn weg. Jetzt hab ich zwei AS50-Munition an dem verschaffen, weil Kevin so ein verfluchter Idiot ist. Jetzt kommt schon wieder 5 Reue. Kevin, jetzt schießt die weg. Oh, ihr seid die größten... Hallo! Ich bin schon wieder ganz... Ich wechsle mal kurz auf die Schei-Geräte. Ja, ja, das würde vielleicht Sinn machen, weil... Warum sitzt der da so blöd rum? Feuer den weg! Wenn ich die... Ich bin, dass sie vor allem nicht schießen. Alter Schwede, ey. Es ist einfach nicht tragbar, Kevin. Du schießt nicht mehr mit dieser motherfucking MG. Also schieß ich gar nicht mehr. Der will immer nur schießen, damit sein scheiß Kill-Counter weiter hochgeht. Da liebst du auf jeden Fall noch weißt bei diesem scheiß Hubschrauber. Hör auf zu reden, du hast keinem Rederecht. Du bist ein Idiot. Ich schieß gar nicht mehr. Ja, sehr gut. Vielleicht schießt du erst, wenn wir das abgesprochen haben, dass du auch schießt. Da steht ne Ziege. Ich find die ziemlich gefährlich, die Ziege. Wir sollten... Soll ich mal fragen, wenn ein Feind kommt? Pascal, hast du das thermalisiert, das Gebiet? Ja. Also hinter dem Helikopter ist nichts. Und neben den Helikopter und über den Helikopter und in dem Helikopter. Ich hab recht. Hä? Ne, recht ist auch nichts. Und links. Ich bin schon ein bisschen vorgedrungen. Aufstehen. Ne, hier ist auch nichts. Was? Machen wir da ne Durchgeh-Action? Lass Kevin erstmal hingehen. Der will doch immer schießen. Ja, Kevin. Kannst du erstmal ein bisschen clearn und dann... Aber halt, blubbern die da wieder raus. Ja klar. Raus genug Munition. Qualle los. Der raus geht um die aufbilden. Los, Qualle. Was? Angriff. Alle? Ja. Wir sind sowieso dahinter in den Wald. Was, wenn die Ziege uns umbringt? Oh Gott, wieder raus? Die Ziege ist gerade meine kleinste Sorge. Weil da vorne ist glaube ich sogar Starry Silver. Du stehst auch auf ne Feld und schießt. Was soll ich machen? Wie ein Buschstellen? Ja. Ja. Oh Mann ey. Wie er auch die ganzen Zombies angelockt hat, ne? Ja. Ich hoffe er fällt und macht. Oh, deine Munition ist vom Fußball abgeprallt, Alter. Mann, stirb doch mal du scheiß Flieger. Flieger ist das eigentlich? Oder ist das ein Rachenputzer? Ist das? Kann sein. Da vorne kriecht noch einer. Ja. Ja. Wo ist hier Starry Silver? Da hinten ist auf jeden Fall der Wasserturm. Na Kleiner? Bist du am Kriechen, was? Wie viele Bloodbacks habt ihr noch? Mein Blood, zwei. Wer schießt da? Ich. Ich hab nur noch ein Bloodback und ich hab nur noch 8000 Blut. Reicht doch. Reicht doch. Stirb genau. M40. Fall. 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 Der M40. Hier stand noch keiner gewesen zu sein. Was könnte ich hier? Fall. Schrott. Er ist mal hinten schweizt. Was brauchen wir denn noch? Keine Ahnung. Kann ja trotzdem mal gucken, ne? Hier liegt ne Bison. Ah. Das ist nice. Das Ding. Aber die kann ich ja nicht mitnehmen. Musst du deine MG wegschmeißen. Soll ich? Keine Ahnung, wenn du lieber ne Bison hättest. Nein. Ach doch. Ja nämlich. Ach doch. Ich dachte schon, er braucht meine Munition. Nee, er braucht Bison Munition. Ich weiß, ich weiß nicht. Wie viele sind da drinne? In einem Bison Magazinkanal. Bestimmt 30 oder so. Oder 40. Nein, dann hab ich lieber 100. Lieber 100 mega lauter als 40 leise. Wir sitzen quasi schon auf dem Airfield. Von daher ist unser Geballer jetzt schon allseits bekannt. Wollte ich mal hinten an deuten. Wollte ich mal kurz meine Waffen wechseln. Auf Thermal. Und ich am besten auf das Barret. Ich auch. Hä, bin ich schon? Achso. Wo sollt ihr denn? Warte. Hallo. Hinter dir. Hier. Ach da. M107. How it goes. Ich dachte, ich muss ja mal pressen. Wie viele Magazin ich habe. Neun Stück. Räuft. Äh. Sorry. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Weiter. Ich kann M107 schießen, alle auf mich locken und dann feuerst du die mit dem A50. Wie wäre es, wenn wir einfach nicht auf Zombies schießen? Nein, auf menschliche Wesen. Wenn du... Das ist ein ziemlich dummer Plan. Was soll das für den Sinn ergeben? Die laufen vor einem M107 weg. Wer rennt jetzt zu einem M107 hin? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schieß einfach mal so boom, boom, boom und dann rennt alle weg und dann, ne? Klar. So wie du gerade gesagt hattest. Guck mal, wo sind wir jetzt gelaufen? Vielleicht sind wir doch nicht direkt auf dem Airfield. Quatsch. Quatsch. Da vorne ist so der große Scheude. Du musst eigentlich direkt hinter dir weiter sein. Ja, da sind doch schon die rote Geschisse. Was für rote Geschisse? Ja, die Airfield Gebäude. Guck doch mal hinter den... Hinter dem Berg. Hinter dem Berg? Was für Berg? Wo seid ihr? Bei der Lichtung. Bei der Lichtung da. Guck mal dieses ausübereinander. Wo seid ihr? Bei der Scheune. Warum seid ihr bei der Scheune? Weil wir da lang müssen. Hä, warum gehen wir nicht da lang? Der Server startet in 30 Minuten. Ich dachte so eben 30 Sekunden. Wir müssen nicht direkt über diese Scheune mit Zombies. Ihr seid so doof. Jetzt habt ihr wieder 25 Zombies angelockt. Ich hab hier gar nichts angelockt. Aber Kevin. Wir sind selten. Warum bin ich da blöd? Warum bin ich da blöd? Darum, weil das du bist. Dummer Hund. Ja, Pascal. Hast du deine Scheune mit der Waffe vielleicht zur Hand? Ja, jetzt frag mich. Und hier liegt... Hast du was? Holy shit! Ja. Ach du was, liegt da? Ja. Ja, ich muss jetzt gerade hier weg sein. Das wäre ein Schmeiß. Da gibt es auch eine Scheune für Waffe drinne. Und das sind zwei Zelte, ne? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ja, aber ich muss gerade vor Zombies weglaufen. Ich hab durchgeladen. Anhalten. Danke. Jetzt verliert noch mehr Blitz. Oh, jetzt kriegst du einen scheiß Grafikglitsch. Ey, boah. Ich werde nicht sterben. Bei Kevin 1... Mann! Dieser scheiß Grafikglitsch. Ich kann nicht in die eine Richtung gucken. Du musst sie dir selbst hinterher rennen lassen. Das wird nichts mit... Der eine kommt doch... Mann, Mann, Mann. Hallo, Zombie. Hallo, ich bin hier. Oh Gott, draußen. Ich verliere nur noch Blut. Weil du fast ein Idiot bist. Warum gehst du zu dieser scheiß Scheune hin? Bin ich nicht. Natürlich, du bist doch nach vorne rumgelaufen. Ich bin gerade vorbeigelaufen am Feld. Ich bin sogar geschlichen. Die haben dich trotzdem gesehen. Die sind super aktiv. Ey, echt? Hab ich gesehen? Wusste ich gar nicht. Ja, mir sagt's. Tolle, da ist noch einer. Ne, wo? Ich renne mir ja nur hinterher. Achso, bei mir musste eben gerade weggeglitsch. Na, leck! Bist du besoffen, Mann? Bist du besoffen, Mann? Bist du besoffen, Mann? Danke. Kann ich auch mal in das Feld reingelassen. Hm. Nice. Ist die selbe, die du hast? Ja. Hätte ich auch gerne. Was sind die anderen Zellen drin? Für eure Pistolen, deine Munition. Und nochmal so eine Waffe wie Qualite. Nochmal? Ja. Warum? Warum nicht? Jedes Mal wenn ich meine Scheife im G-Welt stecke, dann kommen wieder 25 neue Zombies. Ja, dein Leben nicht leicht. Ich finde, wir gehen nochmal Richtung Norden, weil da ist nochmal so ein Wald. Da könnten nochmal Zelte sein. Wie viele Blutpakete habt ihr noch? Ja, eins. Willst du die Granate haben? Und dann? Dann kann ich noch ein Magazin mitnehmen. Für was? Für SD-Magazin sind hier doch drin, ne? Du brauchst keine, ich kann keine Granate tragen. Ich hab aber nur noch 10 Magazine mehr. Gott, wie wenig. Das sind nur noch 300 Schuss. Hey, die sind schnell weg mit der Waffe. Ja, und wir haben auch schnell neue. Meinst du? Ja. Du hast heute mindestens schon 50 gefunden. Oder sehe ich das falsch? Ähm. Warum bist du jetzt überhaupt rausgegangen? Die Zombies sind doch gar nicht die Spawn. Ne, weil wir aber noch da sind. Aber das reilt er ja nicht. Hauptsache, er kommt mit seinem Arsch weg. Ja, mir will ja keiner Blut geben. Bist du fertig, Qualle? Ja, klar. Hey, du brauchst wieder Blut? Habe ich dir nicht heute Mittag schon Blut gegeben? Ja. Kevin ist da nicht so gut mit dem Verteidigen. Der lässt sich lieber 30 Mal schlagen. Nö. Nee. Ja, ein M. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was? So, ich hab noch was getrunken, was gegessen. Ja, lass schon mal nördlich laufen, Kevin kann hinterher kommen. Nördlich? Wohin? Da ist noch mal so ein Wald neben dem Erfield. Soll ich da noch mal reingucken. Wenn wir hier oben hochgehen, sind wir hier kannst schon auf dem Erfield. Da sind wir direkt bei den Hangars. Das ist ein bisschen doof. Wo wollen wir denn hin? Ich will von oben rein, da hat einen besseren Überblick und da ist nicht so viel los. Von oben rein? Du willst also mitten auf dem Erfield stehen oder willst du dann wohin? Ja, klar, ich will mitten auf dem Erfield stehen. Ich dachte, ich mach gleich mal so ein Lagerfeuer, da so mitten auf der Landebahn. Ach so, dann tanzt ich da rum. Dann brauch ich ja die Goldblast gar nicht, die ich da hinschmeißen wollte. Ja, komisch, ne? Bist du hinter mir? Geht echt flott? Geht echt flott? Ja, das geht nicht flott, deswegen solltest du auch nicht disconnecten. Oh nein. So. Wenn du uns gefunden hast, kriegst du ein Blut vergehen. Weil dann will ich das wieder haben. Wie, was wieder? Ja, das Blutpaket. Dann brauch ich in mir noch eins drinnen. Ja, das will ich ja dann haben.